Leute, ich habe meinen USB-Stick verlegt. Ja. Ich muss da was mit dem USB-Stick machen und ich brauche meinen USB-Stick. Dann suchen wir mal meinen USB-Stick. Hier was? Ne, hier ist auch nichts. DS-Spieler. 3DS-Spieler. Lauter Krimskrams. Oh, eine Kassettenhülle. Hey, ich habe noch Kassetten in meinem Schrank. Was ist denn das hier? Dach-Test! Gut. Anfangs Tagebuch. In Special Form. Lego Zeitschriften. Von 2014 oder früher. Nö, hier ist es nicht. Oh, guck mal hier. Hier ist ein altes Radio. Mit Wecker-Funktion. Huchu. Als Erinnerung. Hier meine Schulmappe aus der ersten Klasse. Fernbeziehung. Für die Lade-Station, die ich noch selten benutzt habe. Für den 3DS. Hier kann man dann so hier draufpacken und dann anstecken. Dann lädt das. Man kann das aber auch hier ans Kabel direkt, hier wo ich Kabel, direkt anschließen, dann lädt das auch. Das ist genau dasselbe. Unaufgeräumter Schrank. Schaut mal für mich da oben nach. Hm. Ich müsste demnächst mal irgendwie mal aufräumen, denke ich mal so. Hier. Oh, Steinchen. Seht ihr meinen USB-Stick? Ich sehe keinen USB-Stick. Jene. 1 Gigabyte SD-Karte. Ja, die kann man prinzipiell weghauen. 1 Gigabyte. Warum habe ich eine SD-Karte mit 1 Gigabyte? Hier. Meine Maskottchen. Hier. Wie hieß denn der nochmal? Ein Kaffeepot mit einem Gesicht. Hier Batmanter. Alter, habe ich die gedacht vergessen? Die einzige Pflanze, die in meinem Zimmer nicht verblüht. Dieser Stoff. Hier mal meine Sommertour 2016. Ich habe wahnsinnig viele CDs hier. Forrest Gump, das sind Soundtracks. Größtenteils hier. Der Hobbit. ein Dartfeld. Ein Dartfeld – ja. Meine Güte, was in meinem Zimmer alles so rumliegt hier – Zauberstäbe. Ah, Hogwarts? Ich sehe es schon. Der Zauberstab sucht sich den Zauberer aus. Die weltweit beste Auswahl an Nerd- und Fanartikeln. Elbenwald.de. Fantastisch einkaufen. Auf jeden Fall viel Stuff für weitere Vlogs. Kann man mal daraus kramen, vielleicht mal einen Vlog verwenden. Habt Euch wohl.